Potpourri-Festival, kriegt ihr was für mich hin? Ja! Dankeschön! Okay! Die machen Kraft-Club-Invitats- Ja! Hammeschnucke! Tschuh! Hallo Leute! Ich bin auf dem Weg zum Potpourri-Festival. Mal gucken, was mich erwartet. Okaywhen-Naja-Naja-Naja-Naja-Con! Okay, okay. 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 Okay, okay! Okay, okay? Okay, okay! Bei der Untadenie für sherbetat- wachst. Wolltf ich fest, Will! Kannst du was für mich jetzt? Ja, natürlich. Ok, wir sehen. S.E.S.A.M.R.E.K.A.M. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, unsere nächste Band ist Shangonitra. Sie hat schon oft in München Gladbach gespielt und freut sich schon darauf, heute hier auf dieser Bühne zu spielen zu können. Wir übergeben auch direkt an die Band weiter, denn sie haben für euch ein paar Zeit gepasst. Nicht, aber ja, schön, dass ihr alle da seid. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.